So Leute, was geht ab Leute, ich pranke mit meinem Vater beim Ramadan, schon das letzte Mal hier, ich hab mit meiner Mutter geprankt beim Ramadan, dieses Jahr, ich pranke mit Papa beim Ramadan, und los geht's. Ey Anu, was machst du? Äh, streng gucken. Aber bist du bescheuert, das musst du nicht abfasten, soll ich dich schlagen jetzt? Weißt du, was geht nicht? Lass das sein! Hau ab von dir! Gefort raus, Adressiva! Musst du warten! Also Leute, ich hab mein Vater im Gepäck, wegen dem Kohlach gut rum gehabt, und ich wollte unbedingt, ich hab das Essen danach ein paar Mal weg. Ja, genau. Und Leute, es hat Spaß gemacht, tschüss!